Wisst ihr, wenn man eine Engage Line blind pickt und der Gegner Tahm Kench antwortet und man aufs Maul kriegt, indem man sich das Maul kriegt? Set Shibana Braum! Nein, aber warum macht man es wieder? Yes, einfach same pick and ban. Set Shibana Braum. Dein Ohren picken. Wenn ich's auch holen lassen. Aber nur Braum ban, wenn die Ohren ban, oder? Jaja, also, naja, wir wissen es ja noch nicht. Wir müssen uns riskieren, die haben der Last Band. Ah, On Band. Wollen wir den S First Pick noch attraktiver machen? Oder Twitch weg? Twitch weg? Was ist denn gut gegen S? Was ist denn mit MF? Sollen wir nicht vielleicht MF ban? Nee, ich weiß nicht. Wir schmieden Hypercarries, der Typ. Jetzt kommen wir Twitch ban. Ja, haut Twitch raus. Oder Shen ban. Der ekligste von den Hypercarries. Nö, ich weiß. Wollen wir gehen? Es will? Es war Ezra. Ja. Vielleicht ist er ja ein anderer ADC. Wir sammeln jetzt falsche Reihenfolger, sind die dumm? Er hat gesagt, sein Client leckt. Den können die sich nicht sortieren. Ach. Wollen wir da noch für Karma gehen? Ja, Karma. Ich weiß nicht wie Karma hier ist, um ehrlich zu sein. Ich muss ganz schnell pinkeln. Karma ist fein. Was wollen wir den im Zweifel jetzt rausbauen? Dann bleib ich mir rausnehmen. Dann bleib ich mir Tadern dran. Sonst kein Plan war der Typ noch spät. Geht so Topline aus? Mal gucken, was die picken. Die wir picken doch zuerst, oder? Wie die picken. Ja, bleib ich mir am Talor, ne? Ich schlimmer dich mal erst mal Talor. Ich weiß nicht nur. Du bist auch der Judd. Ich bin absolut leid. Ja. Ist auch wieder da. Ah, was wollt ihr haben? Was könnt ihr spielen? Gerath, Maiza. Maiza wär doch geil, oder? Ja, Nuri aber. Wer ist das? Dagan. Dein Call. Maiza. Hier und Kevin? Mhm. Brauchen wahrscheinlich ein bisschen was von Frontliner. Natürlich. Ähm. Maokai, oder Wladimir ist jetzt raus? Ja, Wladimir war so nicht schlimm. Ja, go, Wladimir. Äh, go, Maokai. Ja, ist nicht schlimm. Schöner Urgott. Maokai? Ilaokai? Ilaoblai. Ich kann den Toplane. Junge, Junge, Junge. Nur ich bin Metaslave. das ist jetzt die frage ist die 15 minuten pause machen um die zu triggern richtig eklig gerade das kopfschmerzen keine ahnung seit 20 minuten einfach richtig schlimm ich tue mal so als wäre das eine idee kennen ich denke der würde locker ap sein könnte auch hyrule sein ja könnte auch support sein theoretisch aber der gameplan botland so ein push haben auf jeden fall oder nicht was gängbar händen gänken ja also mark und mark hat es immer gegen mittel wahrscheinlich auch blöde sechs auch je nachdem wie die spielen muss ja auch passen wenn ihr heute unten pusht nach wegen dank ich glaube deren sportland sind besser als unsere gang sportline ja ich kann mir vorstellen dass alter der fucking komet auf es ist deine marke ist das nicht gesagt alter das kann doch nicht wahr sein zu 100 prozent sicher dass ich die rund richtig gemacht habe zu 100 prozent also wirklich zu 100 prozent los keine ahnung also ich bin mir 200 prozent sicher dass ich sie richtig gemacht habe da kann man das einfach remaken weil das ja die lobbywelt hier ganz ehrlich er ist unser turnier sie kenne ich nein sagen also nicht erklärt so was wir müssten wir jetzt anschreiben also ich bin mir zu 200 prozent sicher dass ich das geschäft habe mit einmal pause ich fragte mal oder die machen pause frag mal ich weiß ja nicht wer da irgendwie wie man da fragt aber remaken ist hat richtig kacke für die also für die cast aber die kinder sind drei minuten mit damit komet spielen ist aber auch richtig außer du schreibst halt direkt da kann sie den kleinen schnell neu starten ja ich weiß mal ob die mir im remake anverstanden sind eigentlich habt ihr keine wahl wir wollten nur zu höhere beruflichkeit fragen ja das klar war ich noch genau dasselbe scheinbar da geht es mal katholischen blame für deine toxicity da was wieso toxicity hier einfach nur obendrauf nochmal hingewiesen da sind wir die gut guys oder die bad guys weißt du wir warten nicht ach keine ahnung ich hasse solche spiel ja ist halt bg so ist halt keine ahnung also ich meine ist ja ok wenn er nicht mehr so lange kann aber ich meine entweder stimmt dass er internetprobleme hat oder ja aber dann wird dann wird sich das wenn er wenn er so hart internetprobleme hat dass er keine chance schafft dann wird es halt sicherlich in game problemlos laufen damit meint er ja dass er keine zeit mehr hat und das heißt ja die internetprobleme vorher waren fake so natürlich waren sie fake ja ja natürlich vor allem so was ist das für eine aussage er kann doch nicht wissen kann 90 minuten gehen jetzt so er kann ja nicht sagen ja also fünf minuten noch mal chance lag würde ich nicht schaffen so aber nicht wir hatten die diskussion ja alle mit unserem mama du darfst es ja auch kein fernsehen ich hatte die auch ich hatte egal also ich habe 40 fps also jetzt will man nicht um die gegner zu trickern sondern vor real geht nicht hoch also for real ich muss echt gucken es ist halt also 40 fps kann ich nicht spielen ja aber die haben gerade auch zwei mal passiert und nachher unlucky fps trufs klingt so als ob das richtig trigger Junge 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 ich habe jetzt so ein schöner 60 minuten game keine ahnung so ganz ehrlich sollte nicht mit wenn du ein bisschen neu spielen darfst also ich das schreckert mich halt wirklich weg komplett gerade müsste das wäre der fahrzeug das halt einfach so was ist wenn drei games 60 minuten gehen bis zum zweifertig so das ist noch zwei games auf oder was wenn du 17 bist und so ein Turnier mitspielen kannst denkst du nicht dran nach dem motto oh ich sollte nicht mitmachen weil vielleicht lässt man aber dann sollst du auch nicht schreiben können nicht wie mann ich ist ja komedophil habe ich letztens gespielt weil er auch aber ich habe dann einfach sechs mal früher der ecke ist es nicht besser ich weiß wo das liegt anders gegen gestalt aus versehen teams und das war mal fullscreen rein ich hatte auch einen job auf 50 runter ich kann gerade nicht runter kommen ich mache gerade wirklich auf den fullscreen eine sekunde ja ich glaube da haben wir haben verzehrt wir dann also die eigentliche dass der vom trial kommt ist auch nicht hoch wir können hier unten pass auf da unten habt ihr gehört ja ich lasse mich für den auch so lange reinpushen ein wenig habe ich mal noch vertrieben vielleicht liegt es auch daran ich schreibe um jetzt macht der aus da war das hier kommt der raus ich kann counter ganken naja wir kommen raus er moot hier bin um ah wtf ich kann mich gar nicht bewegen gerade oh der q was sexy ja jargon kommt nochmal jargon kommt nochmal wir kommen wir kommen wir kommen und die sams ja die haben sams die haben sams wir können die lane freezen ah den lass auspuffen ich hab's den ok ok ich verstehe nicht base game das egal ist das ne sein dass der java nochmal hier ist passt so auf ich hab's fresh wobei der java ultra low ne so ich glaube er ist hier der ist fixer low der kann nicht hier sein wo wer ist äh miss cannon gerade der hat die pflanze wir haben mich hier gespottet ist immer noch miss gerade muss noch mal aufmitte bisschen ok der könnte noch durchpushen der hat vielleicht bf ich bin mir nicht sicher naja hat der typ macht ne jetzt nicht der ist wahrscheinlich picken der mitlein nächste level 6 ich könnte kommen oh he moved wir haben hierherdings eq von wochen mitlein johnny wir haben zwei minuten level 6 weißt du denn jetzt kann ich sehr verhandeln ich habe richtig viel damage viel flash raus haben wir an der seite ich weiß nicht ob ich das durchpushen und so heute what is miss ah ich darf mich verschluss durch ok jetzt hier aber eine riesige wave vom töten ok und drei doch mal mit durchpushen bitte haben kann damit haben die wirst du die die sind auch wow hol mal ständisch was der der Durban kein Flash, Uri keine Sums 25 Euro Ich hab Exhaust gehabt Uri ist jetzt Miss 34 Uri hat durchgepusht und ist Miss Hätte runter wrong Ich bin safe und muss aufpassen Uri haben wir noch Miss Uri wieder mit Taree Uri. Klapp Wir Klapp Wir Und 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 Du Und Der Jarvan ist immer nur hier drin. Du kannst sie auch, du kannst sie baiten eigentlich. Hast du bei FH pushen und base ich abschienen? Wenn wir länger bleiben als die Szene, er hat sie BF. Jarvan immer noch bei euch, ja? Boah, die wär erst nicht weg. Ich hab ja so viele FPS-Drops, ne? Dass ich überhaupt das gespielt hab. Holy shit. Ja, kein Sprung, kein Sprung. Ich hab keinen 1v1 gemacht. Ich dachte auch gleich, ich hab so gesehen, die Szene. Aber ich hab noch erst Platz. Ah, ich hab noch erst Platz? Nee, 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 du hattest. Du hattest, du hattest. Das ist das First Blood-Geräusch auf jeden Fall nicht mal gehört. Machen wir jetzt Side-Steps und One-Point, Alter. Ey, ich hab... Ich steb hier runter, ich steb hier runter, ich steb hier runter. Naja, der hat keinen Sprung, der hat keinen Sprung. Ich kenn's nicht, ich kenn's nicht, ich kenn's halt. Ich bin nicht tot. Ja, du wirst sofort. Ich würde jetzt nicht dahinter laufen. Oh, da kannst du! Ja, easy! Oh, nice! Oh, shit, Alter. Zuck, ja. Und du kannst sogar noch die hier, Wave-Freezen. Come on, mach den Hero, Tim, mach den Hero. Nee, ich schaffte er nicht. Aber du kannst ihm einen annehmen, lieber jetzt. Hättest du da erst mal gemacht. Jetzt machen sie Pause, okay, Remake. Was ist das für'n Wort eigentlich? Keine Ahnung, ja, Braum, glaub ich, aus Panik gestellt. Der ist auch noch verflastern. Ich kann nicht verstehen, Alter. Na, ich hab auch nicht gedacht, sorry, Alter. Ich weiß doch nicht, was das war. Vor allem, der hat ja auch kein Press-The-Attack. Wäre das eine Press-The-Attack-Bombe hätte ich damit gerechnet, aber... Ich hab auch die Braum, glaub ich, Appel kommt plus die Bombe. Na, das kann sein. Ich bin nämlich eigentlich ziemlich stark, so. Also, Ui, kann er reinpushen, aber es ist nicht keiner, mit dem Wave-Freezen. Die muss halt auch nicht, ich hab ja keine löschen, gerade. Das gibt's doch, Mann. Das ist echt gut für uns. Jetzt ist das wieder ein Viertel. Ich hab gehört, wird die eben im Twitch-Shirt darüber diskutiert, ob es ein Bug ist auf dem Patch. Weil irgendwie immer zweimal die ganzen Buffs kamen, irgendwie, die ganze Zeit. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja. Die sind... Der hat einen Watt? Nee, ne? Ich hab auch die Video. Kann ich hier canceln? Hat er gecancelt? Der kickt noch ab, ne? Der double ist hier. Das hat er gerade dreimal gesprungen, 6 Sekunden, Alter. Ich hab' den hier. Ah, Ui ist hier auf jeden Fall. Die könnten... Ah, ne, ne. Wenn ich da drauflaube, bin ich tot, bevor du da bist. Kann da kein Drake machen, sowas. Kannst du Mitte pushen und Top laufen? Weil du hast eigentlich Bottling nichts mehr. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Können wir den live und dann keinen flashen? Ja, Mappe, also Bottling ist sowieso. Dann geht Bott safe, ne? Irgendwie Knallpflanze nach oben. Wo schreien? Oh, er moved jetzt auch. Moved top, oder was? Mhm. Ne, ichs mit dir jetzt. Ähm, irgendwann ward dann hier. Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, schau rein. Wobei, ihr kennengelernt. Wir haben mit einer Nutze Bottling Miss. Können wir die Welt stattdessen? Die können uns nicht immer anbauen, oder? Können wir das 2 und 2? Ja, oder? Komm bitte. Und Ghost. Okay. Ich glaub, wir laufen in Richtung Mitte. War Orianna low? Orianna flash. Ja, es geht. Ja, es geht. Aber die kann noch runter. Ich glaub, ich kann noch runtermoven, wenn sie weg. Oh, ich könnte noch, Bob, yo. Ne, ne, die ist mit. Aber die hat den turret jetzt schon mal ganz. Die werden bot den turret, die nur wahrscheinlich. Ja. Sehen sie von GP. Wir haben runterhofen. Ja. Du, ja doch, Kamala. Ich kann die next wave abflushen. Ja. Ey, die kann halt nicht mehr. Die muss die nicht mehr die wave pushen. Können du jetzt runterhofen? Nee, können wir nicht. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht rufen sollen, aber die gehen da Gott sei Dank trotzdem raus, bevor ich fertig bin. Ja, ich hab was nicht zu tun. Ich hab's nicht zu tun. Taktik schon mal rein. Ich hab's nicht zu tun. Reset kurz. Ich decke aus, wo wir die nicht rum sind, die sind ziemlich low eigentlich. Die sind wirklich böse ich diesmal. Passe das diese Taktik, ey. Jetzt ist das alles noch behindert. Oh, die wurden... Eine Welt hab ich hier... ...und hab hier ... ...und hab keine Ruhe über die ... Keine Ruhe, das macht auch ... Shit. Ah, werde ich wahrscheinlich benutzen. Ich kriege Midlane fast den Tilt, glaube ich. Nice. Wir können wieder 2v2 fast in der Mitte eigentlich. Ja. Braum ist Mist, Braum ist Mist. Ich bin ja Space gerade, ne? Nein, ich muss raus, ne? Okay, Tom ist aber fast down. Jo, Midlane sollte mir ein Tilt fast bleiben. Braum immer noch hier. Wattlin ist auf hart. Wenn wir irgendwie nochmal einen Unterseil-Bots sind, werden die den Safe kriegen. Äh, sorry. Hier ist, holy shit. What the fuck? Wir haben jetzt keinen Kick hier für Wattjumping. Kann sein, dass die jetzt mit Java-Bot forsen werden. Tp ab. Kennen noch nicht, ich hab Tp advantage gerade. Haben die Summoners-Bottom? Ja, genau. Gar nicht. Mora, werfen bitte? Ihr könnt das auflösen, trotz Heil und so drüht, äh. Holy shit, man. I will enden. 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 Nope. Äh, Jarvan kein Flash. Und Orianna Heal raus. Jo. Wenn die unten bei den Schauben kommen. Ne, 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 ne. Wir können den kommen holen doch. Wir können den kommen holen doch. Ne, ne. Die kommen nicht. Die kommen nicht. Ne, ne. Die weg, geht weg. Die Mittlein-Turl ist halt low, die wird mit Bombe probieren. Übel laune, ne. Du hast gleich S-Lot, ne? Ja, S-Lot. Könnt ihr mit pushen? Ihr könnt jetzt mit der Counter pushen, glaub ich. Auch ja, noch keine Mana. Juri ist so, ne. Hier, Snipe, Snipe, Snipe. Oh Gott, ich call rein, alter. Egal, Mittlein-Turl zieh. Ja, Team Mitte-Turl. Ist klar, aber auf 2 AP. Ja, man könnte aus der Base kommen. Das ist jetzt fein, I guess. Ich glaub, wir haben noch keinen 1-Turl im Kick außer dem 1. Kann man den nutzen? Hm, ich will resetten, oder? Drake ist um 30. Muss resetten. Oder, können wir top lane diven, wenn ich komme? Ja. Ich komm auch, ich komm auch. Wird aber Drake für die werden, ne? Ja, I guess. Das ist ein guter Trade, weil dann kriegen wir auch Second-Turl. Hier ist ein Pink. Hier hinten, vom 2-Sides würde ich rausgehen. Kannst du drauf? Der Tanna ist Miss. Tanna ist da. Ich glaub, meine Dings ist ausgelaufen. 2 Sekunden. Nice. Nice. J4 ist Drake, also ihr kriegt den Turl auf jeden Fall. Wir haben Turl? Ja. Mit deinem Fail. Die kriegen aber den Drake. Die kriegen Drake im Mittel dafür. Ja, mit so weiter. Ja, mach mal kurz jeden. Dann kriegen die wahrscheinlich auch... Das kriegt mich, Alter! Ja, die kriegen... Ich muss pro Turt wahrscheinlich raus. Ah, pro Turt ist auch weg. Ah. Jetzt kann ich auch wieder Drake. Kann doch mal. Nein. Ganz so, die brauchen wir zu lange dafür. Komm gerade, Botter. Mach mal die Benutzer. Oh, ja. Wollte ich doch gehen. Lass mal Botter mal hart pushen. Mh. Aber nur noch mal so, ne? Wir können auch relativ viel Spaß mit haben. Wir brauchen noch pinks dazu und wieder. Ja. Wir werden wahrscheinlich Lanes hoppen da. Push that, Botter. Ja, ja. Das Ding ist halt, 2v2 werden wir halt immer härter verlieren mit jeder Minute, weil die halt immer mehr irgendwelche Frösche fliegen. Ja, ja. 2v2 ist vorbei. Hier, Tristan auch top. Oh, da das Ding. Push. Botter hart. Ja. Ja. Kann man sich immer noch mittlerweile hier dran sneaken oder nicht mehr? Ist das nicht mehr möglich? Ja, das ist nicht mehr möglich. Das geht. Geht noch? Ja. Ja. Ich komme. Top lane ist noch keiner. Start pro Stadt. Hier oben ist das good lane. Ja. Ich glaube. Ich werde schon mal base für top, falls der zweite Tyrell pushen will. Das heißt, die wollen jetzt hier 2 putschert mit mir. Ja, ich push noch einen. Kann auch kommen. Kann hier ein Javan sein? Javan ist hier. Javan ist hier. Javan ist hier. Ori ist auch hier. Ori ist auch hier. Ori ist auch hier. Ja, ja, ja. Ich werde einfach safe stehen. Hat die Tristan auch Stumps? Ja. Pass auf, dass sie sich nicht anjumpen. Pflanze hier. Also. Ja, aber wenn der EQ tritt, bin ich instant. Oh, ich bin drüben. Oh, ich hab den nicht gewählt. Oh, was? Er ist auf H. Er ist auf H. Er ist auf H. Er ist auf H. Ich hab getollt, ich hab getollt. Ich hab noch viel, ich hab noch viel. Ich hab D, er ist in 3. Oh, ja. Das ist zu gespielt. Ah, was? Javan ult auch raus. Ja. Ori ult, Javan ult und Ken ult sind raus. Ja, wegkommt er. Ah, ich hab einen getrollt. Egal, egal. Er ist doch schlimmer. 1 für 1, oder? Ah, ne. Hier kommt Ori, ne? Ja. Er hat kein R. Javan hat auch kein R. Können gleich aber von hier noch irgendwie. Aber wobei, ja. Komm mal. Das ist ne, wieder voll, ja. Ich hab 20 Sekunden. Nächstes nur Cloud. Ach, wie ärgerlich, ja. Ja, aber was ist auch egal. Jetzt haben wir das raus, hier. Ich hab einen mega dicken Power Spike. Aber ich weiß nicht, ob wir damit was machen können. Wir haben trotzdem ganz gut Poked. Der Herald noch vielleicht. Ja, das ist ja. Ja. Kannst du hin? Lass mal, lass mal voll, bitte. Blue mine. Nee, dann jobben wir in Herod. Ich hab was nicht. Oh, die sind hier, die sind hier. Okay, komm. Wir legen ab. Wenn ich den Hushers kann ich die Tresana auch anflaschen. Kannst du flaschen, ja. Ich hab Tresana auch. Kommt noch an, Nadiem? Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich hab die gesnared. Der Stuhl drauf. Nice. Drei Sekunden, drei Sekunden. Drei Sekunden. Pushtop, pushtop. Kevin Base, Kevin Base. Wegen Bot. Ja. Pushtop, 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 pushtop. Ja, 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 ja. Ich würde ihn canceln wollen. Oh, what? Pushtop. Plot MTP. Wunder zu close. Oh, die blocken mich nicht. Wie oft werde ich die jetzt geblockt in letzter Zeit? Oh, shit. Das ist seit sechs Jahren mit mir im Patchblock nicht schlimmer. Ja, das ist egal. Ich kann, kann ein Copline kommen. Wann hast du wieder? Ach, ne, dauert noch. Ah, ja, dann. Ich hab mein Blue. Oh, ich bin nicht von unten. Wir hatten da Vision beim, beim Harrod, äh, deswegen könnte ich die Stunner wegflaschen. Ah, okay, ne, ich geh gut. Du bist ja safe. Kann sein dass die runter zum Ivo. Kann auch nicht mehr als ich weiß er ... Leicht. Ich hab keine Vision gegen was. Hier war was. Der war hier, der war ein hier. Der ist um, der ist um, der ist um. Naki, Traum-Top-Seite, ich denke auch die Star-Adee haben. Ja, die waren red. Flash raus. Flasch bitte, es geht klar. Oder? Dann der Spot, dann der Spot, dann der Spot. Können wir die Top-Tipp-Seite gehen wahrscheinlich, ne? Naja, dauert noch ein bisschen. Die, ich gehe da raus zwischen. Ja. Ich muss halt so ein Zimmer spielen, er ist halt grad mega gefeatet, ne? Ja, ich... Die pushen top, die pushen top, die pushen top. Alleine kann ich das in ihm machen. Ich bin in 10 Sekunden wieder ab. Ist da die Wave-Holt hin? Ja, aber brauche ich jetzt. Oh, nice, 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 nice. Ich move auch, ich move auch. Uri hier an der Seite. Du bist in Uri-Fokus, nicht Uri? Äh... Wenn wir die wegkriegen oder einen killen oder so, können wir dann nach Nash gehen. Okay, hier, hier, hier. Hier, komm mit. Ich bringe es laut, ich bringe es laut, ich bringe es laut. Mover. Uri? 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 Kein Flash, kein Flash. Zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Okay, fair, fair. Ich muss Base, ich kann das nicht. Ne, ne, das ist ein bisschen risky, wenn Tristana gut reinkommt. Obwohl, ich kann das halt tanken. Der Auesha tötet mich. Ich habe 100 Leben. Ne, du gehst Base, du gehst Base, du gehst Base. Ich kann es gerade. Oh, sorry, ich hoffe, wir machen Sonic. Anlage mir voll Damage und, äh, ich mein hier ist Johnny. Einfach hinten nur, einfach hinten nur. Deine Baseball. Ich denke, das ist fein. Ken könnte TP haben. Ich glaub, da können sie aber hier schild. Ja, ja, ja. Ich glaub, die, die können nicht reingehen. Wenn die reingehen sind die da jetzt. Wir müssen fighten da, oder? Wenn hier ist da, wenn hier ist da. Ja, schuhe. Hast du Schild? Die P kommt. Kannst du auch hier hin? Kannst du auch hier hin? Alter. Du kannst glaub ich schilden. Beide wirklich? Oder so? Garven kommt da noch. Stop. Oh, die kriegst du noch, oder? Ja. Really? War das? Ja, jump wieder ab. Ah, alles scheiße. Oh, du hast noch. Ah, ja gut. Ja, ja. Ah, wie bitter. Doch, doch. Doch, doch, doch. Ja, weil die ganze Zuka ist Base. Das ist gut. Ich glaub, du kannst ihn mega poken. Ja, ich glaub auch. Guck mal. Erstmal schön im Nash von sich pausen. DC, die Situation kenn ich. Mama macht Internet aus. Du machst Internet wieder an. Also, wenn ihr jetzt alle fünf Minuten kurz DC habt, dann wissen wir was. Oder jemand anders spielt jetzt weiter. Ich versteh nicht, woran meine FPS liegen soll. Das regt mich richtig auf. Ich starte auf die Spielkots 00. Ja, auch. Ich sag mal eben, noch nicht ready. Jo. Ich starte den kompletten Launch einfach neu. Oh, ja. Oh, ja. Paar PC noch einstarten im Westgate. Ah, was du für ne Kiste hast. Aber so lang dauert's ja normalerweise nicht. Ne, ich hab noch nicht. Ich hab mein Betriebssystem und ich hab meine SSD. Das heißt, das dauert noch. Ich muss lieber dringend pissen. Paul das zu machen. Der liegt echt. Er hat auch irgendwie vier HP, als ich die Tristana geholtet hatte. So. Ah, ah, ah. Fuck. Ja, da. For real, mein League startet nicht. Also ich denke, ich würd den nicht... Da darf er PC noch einmal. Ich mein, die haben den ja wirklich gerade erst angefangen, oder? Also ich denke ich... Die sind bei 6K vielleicht erst. Also wenn der eigentlich TDC war, dann hat er jetzt nicht angegriffen die ganze Zeit. Also ich hab gerade Canon und Orion-Leak. We have restored the installation to an older version League of Legends. Ja, ja. Alter, start den scheiß PC neu. Ne, ich muss nur okay drücken. Ich dachte der patch... Ja, ich hab auch Orion-Kanon-Leak. Also du kennst halt LoL. Ich darf mich halt nicht kommen... Ich hab Flash. Also wenn Jarvan EQ macht, werde ich den... Also wenn Jarvan nicht EQ macht, müsste ich safe sein. Wenn er EQ macht, werde ich den EQ flashen. Und dann können die den Ball eigentlich nicht finishen. Oh, allein schon wenn du da ein paar Qs reinhaust, denke ich. Ja, ich glaube auch. Du musst halt... Das Ding ist halt, Orion-Leak hat halt genauso viel Range wie mein Q. Das heißt... Kannst ja... Naja, du siehst ja den Ball kommen, dann ist er nach links. Ja, das Problem ist, wenn ich nach links... Ja, nach links... Also safe kommt. Ne, nach links auf jeden Fall. Dann bist du am weitesten von Jarvan weg. Der Cannon ist Low. Du kannst Cannon töten, während Orion, dass er ihre Combo rechts raus hat. Zur Notfläche ich dann noch nach links... Sind die auch wieder da? Ne, sind die nicht. Ne, sind die nicht. Es ist einfach nur, wenn die Combo kommt nach links... Ehen... Jetzt waren wir, ob wir ready sind. Ich werde es wahrscheinlich H3-1 tacken, aber ich probiere es. Let's go. Ja schon, man. Alles easy. Oh, die Tafana. Nice. LoL. Kannst schon nicht mehr machen. Das war einfacher als erwartet. Da oben ist noch ein Super-Lot. I am not done jetzt. Wollen wir nicht Nash? Wollen wir nicht Nash? Der hat schon wieder Ult. Willst du mich verarschen? Der hat die H3-1 gar nicht benutzt. War egal. Kannst du nicht rein? Der hat es nicht benutzt? Okay, das habe ich nicht gewusst. Sorry. Der war ja noch tot. Der kam jetzt gerade eben. Hey, 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 hey. Der hast du richtig. Hab ich nicht da gehört. Wir brauchen ein bisschen was für Redemption. Wir können glaube ich mit den nicht wirklich pushen, oder? Naja. Wir haben auch keine Wave und so weiter. Bei mir noch 100 snacken. Ja. Kann man den Drake noch holen. War das genug? Sonst helfe ich dir bei der Wörter. Ich gehe einfach Pinkwood verkaufen. Ähm. Probably schon. Pinkwood verkaufen? Warte. Okay. Interessant. Seid ziemlich gefeiert. Wenn wir die aus dem Teamfight rausholen, dann sieht es glaube ich gar nicht so verkehrt aus. Wir können mit unserer Comp auch Frontline rausnehmen. By the way. Also den ersten. Einfach diejenigen. Naja. Ich meine diejenigen, die Malza ultiht. Der ist tot. Aber dann gehen wir weiter. Ich kann die halt alle tanken. Und die sind dann bloß. Der hat zwar jetzt schon Mord Reminder, aber ohne 80% Crit hat die nicht genug. DPS um dich auch noch ansatzweise schneller zu töten. Oh. Die kommt hier. Die kommt hier in Tristana. Ne. Die waren gerade unten. Stara Toplane. Achso. Wer war das unten? Cannon? Wir werden jetzt versuchen zu kollapsen. Jaja. Hier war auch noch jemand braun. Pass auf Cannon auf. Wenn du halt flankst, war nur für Solar Peelen. Ja. Du musst dich da eigentlich eh nicht sterben, wenn ich mich misplaye. Wenn ich misplaye hilft. Wenn ich misplaye hilft. Wenn ich doch kein Peel glaube ich. In der Mitte? Oder kennen wir? Ja. Wir haben gerade push pressure. Pass auf. Pass auf. Wollen wir hier? Ja probieren. Wir wollen jetzt rein? Ja. Javan. Go, go, go. Auf Javan. Geh auf Javan. Nice. 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 Oh, da kommt hier. Oh, wir chase. Go. Oder? Nein, 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 nein. Du hast drei Stacks. Alles gut. War okay drin. Ja. Ja. Kein Ultimate und super low. Nice. Wir können wieder pullen. Die Fassana ist super low. Der hat gar keine Chance von Deon gegen mich. Ja, das kommt. Nice Counterpick. Wir können das die ganze Zeit machen. Können wir hier noch ein bisschen Wards reinbringen? Oh. Geil. Ich habe die Shockwave irgendwie übersehen können. Nicht den Overstain, ne? Nicht, dass die Baron. Ja, das war Javan. Nicht die Shockwave. Nicht, dass die Nash rushen können. Okay. Bleibs da. Ich wart hier rein. Ich wart hier rein. Ich muss so stehen, dass ich nicht den Javan E-Q knock-up äh ehnen müssen. Weil dann bin ich voll in der Ult drin. Ich muss ein bisschen weiter hinten stehen. Ja, ich hätte gerade aber auch einfach vor seiner Ult ulten müssen. Ich hab hier ein 600 Blade. Das ist nochmal ein dicker Spike. QSS. Ah, das ist scheißegal. Wir ulten halt einfach was anderes. Oh. Der Mann ist hier. Die werden gleich Pink Wars clemen wollen. Oh mein Gott. Wird jedes Mal gecatcht. Komm mal. Egal. Passiert. 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 Orianna ult ist raus gerade. Ken ist noch unten. Die Moven jetzt zwar zum Nash. Ah, ich glaub die starten hin sogar. Wenn dann trappen wir auch nicht oder? Ne, ne. Die starten hin. Braum ult raus. Braum ult raus. Ich renne. Wir müssen ein bisschen auf. Davon hat Ult. Davon hat Ult. Davon hat Ult. Wir brauchen Redemption jetzt ab. Dann bin ich. Pink hier rein. Wir haben gerade gepullt. Wir haben abgebrochen. Wir setzen jetzt wieder ab. Ich komm mit. Den kriegt jetzt Push rein. Haben die Vision? Ja, hier ist Pink. Aber da wissen wir nicht. Ja, hier ist Pink. Gehen wir mal auf. Die Horn auf. Mit der? Ja. Event hopp. Ich geh top. Ich geh top. Da hab ich hier. Will Spot lane clear? Ja. Hier? Wenn du das gegen den clearn kannst, ja perfekt. Ja. Ich hab halt ne große Valve, ne. Die rotieren top gerade. Ja, 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 ja. Die ulti hier hin. Die sind hier ziemlich low. Komme, ich komme. Ich zünd Ultimate. Ich zünd Ultimate. Das ist Dana. Das ist Dana. Ich geh grad hin. Der Kenner hat fucking gefällt den Flash. Oh man, ey. Die ist tötet irgendwen. Ich hab Schild für das Dana. Pass auf, mich nicht überhassen, ne? Ich weiß, ich hab nicht mehr Schilds. Ich bin jetzt fertig grad. Oh, bitter. Der Fallflash, der Typ. Ich bin doch ziemlich schnell gestoppt. Oh, shit. Braucht bisschen mehr, eher mehr. Heißt, dass ich trotzdem genug Damage für die... Ich hab jetzt Blade, gewiss. Dana hat auch Thums geused, soweit ich weiß. Ja, Oriana hat auch gehealt. Äh. Sonst war ich nicht. Aber wie gesagt, noch Flash Cannon ist raus. Ey, ich glaub, ihr werden alle gestorben, hätte er den Flash rüber geschafft. Ich hab Exhaustet wieder für den Fight. Und ich hab meine beiden Locked. Wenn jetzt die Tristana die nächste Seite fertig hat, fängt die mich an, super hart zu ausgälen. Und jetzt grade bin ich noch echt stark, also mit ihr so. Ungefähr eben. Vielleicht sogar stärker. Wir sollten jetzt versuchen, einen guten Fight zu finden. Ja, also jetzt grade ist glaub ich so die beste Phase zum Fighten. Ich hab alles ab. Ich hab sogar Flash-W ab und sowas. Ich hab jetzt keinen Flash, aber Tristana auch nicht. Stefan hat grad einen Hextrinker und ich noch kein Tor. Ich hab's halt GA nicht mehr, ne? Yay. Die hat einen BAM-Sapter gebaut, die geht gar nicht auf 80%. Zeug. Die will den Slot für, die will den Slot für, die will den Slot für... Mikuri, willst du wahrscheinlich finishen erstmal? Ah, aber Crit ist so wichtig eigentlich. Die können uns nicht. Ja, 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 ja. Ja. Ich hab noch keinen der Besichtsänder. Ich hab grad Botten-Push. Wir sind außen rum. Ok, nein. Durch ihn. Da sind keine. Wasser, besser, besser, besser. Oh, ich hab ganz gut'n Poke. So. Das Potenzial wird nicht mehr lange halten wahrscheinlich. Wollen wir M.A.O.K. abstellen? Ok, ich komm gleich ran. Ich glaub, ein Fight ist mir nicht so verkehrt jetzt hier. Der Kopf. Na, nice. Die hat noch keine Cure, da jetzt geht das. Nice. Wir können, wir können, wir können, wir können, wir können, wir können. Klammern, klammern. Ich, ich... Klammern, klammern. Ich... Klammern. Schön, 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 schön. Oh, ja, noch, ja, noch, ja, noch. Nice, ist gut. Finish, 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 finish. Müsste passen, ja. Sehr gut, schön. Ich dachte schon, du lasst, das ist ein Jarum nicht, oder? Nee, 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 nee. Ich werde nicht dein Zulias Ding im Hauptgeknien. Nee, nee, ist gut. Ich hab noch ein Demolish-Pong über euch. Zuerst hier unten drin. Einfach die Türme. Ja. Ja. Johnny muss aufpassen. Joke. Tötötötötötötötötötötötötötöt. 8 Sekunden mit Kana. Lass auf Kennen, lass auf Kennen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aus, aus. Reset mit Nash. Cool Sportline. Äh. Abo bei. Ja doch. Wer hat das gespawnt? Wer hat das gespawnt? Wer hat das gespawnt? Ich hab mich jetzt hier ohne Kennen. Ich bin voll eben. Wir haben jetzt Locked, also wir haben einen Superfood hier. Ja. Mensch kann wie gesagt eigentlich alle tanken von denen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo ist denn der Base? Komm mit dem, Greg. Sicher? Ich hab's denn Burned. Nee, 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 nee. Dann finish. Ich die Scheiße. Dann mach ich den. Kann aber sein, dass die Desperate Burned machen wirklich. Nee, die wollen, die wollen, die wollen, die wollen. Zeig mich mal Mitte, ich zeig mich mal Mitte. Wollt ihr abbrechen da? Die sind dran, die sind dran, die sind dran. Lass die nicht weg, lass die nicht weg. Lass die nicht weg, lass die einfach nicht weg. Einfach nicht weg, einfach nicht weg. Nicht sterben, nicht sterben und einfach nicht weg. Das ist sowieso mein Nash. Ja, der libt, der libt, der libt. Das ist mein Nash. Lass die Nash machen, lass die Nash machen. Lass die Nash machen, ich zielen. Ja, ich kann das nicht backen. Ja, ich kann das nicht backen. Ja. Ich mach's halt, ich hab's nicht stehen gebraucht. Boah. Ich kippe, ich kippe. Der mischt gerade, Alter. Der mischt da gerade, Charlie Holy Shit. Der mischt da gerade, der Holy Shit. Ich hab einfach alle der Bizerhuis drin. Nice Game. Witziger Champion. G, G. G, G. Oh, danke für den Carry, Leute. Ich hab nichts mehr angenommen. Das ist das schlechteste Kurs von dem Game, was ich hier hatte. Alter, im zweiten Game, das Geheule schon nach 5 Minuten anfängt, ne? Das hätt' man auch noch holen können. Ne, hätt' man nicht ganz ehrlich. Aber das hätt' man wirklich nicht holen können. Aber das hätt' man wirklich nicht holen können. Aber das hätt' genau das Ding so, dann. Ja, aber ich versteh' Johnny's Punkt. Ja, den versteh' ich den Punkt auch nicht mehr angenommen. Ja, den versteh' ich natürlich nicht. Ja, den versteh' ich natürlich nicht. Aber den, ja, absolut. Aber hätt' mich nicht mehr angenommen. Aber ich versteh'. Na ja, gut Job, Leute. Positives Stats. Ja, Mann. 4-3. Haben wir uns geholt. Boardmeiser. OP. Was soll ich sagen? Ja. 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 Für die Ken, wo die Union genommen. Wie auch immer das möglich ist. Mehrfach. Oh, für den Counterpick. Achso, tschüssi Leute, ich hab letzten Mal fast vergessen. Ist das unser erster King of Spannhaus Season mit positiven Stats eigentlich, oder?